Grüß euch, wir sind die Lehrlinge von der Salzburger AG und wir bedanken uns für die Nominierung. Wir nehmen die Challenge an und normalerweise muss sich die Firma einen Pool bauen. Braucht man nicht, wir haben schon einen. Und damit wir die Grill Challenge gescheit machen können, haben wir auch ein gescheites Grillzeug. Gehen wir. Und aus dem Grund spenden wir 1.000 Euro an das Haus Franziskus und wir nominieren Repul.